Servus und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar wird heute um 20 Uhr ein Livestream stattfinden und der Grund warum ich das genau heute um 20 Uhr mache und genau eine Stunde vorher ankündige ist der dass Minecraft, gerade also Mojang, die Server nicht zum starten bekommt und dass ich einfach nicht auf Project2Fast aufnehmen kann, da ich die ganze Zeit Crashes habe und ich einfach nichts mehr auf Lage habe und da ich einfach wollte, dass ihr heute wieder was zu sehen bekommt weil ja die letzten vier Tage ja nur zwei Videos kamen gibt es heute von mir so einen kleinen Stream, der wird ungefähr eine Stunde bis maximalstens ich wiederhole mich, maximalstens zwei Stunden gehen, aber eher eine Stunde und ja, ich hoffe ihr seid dabei und ich hoffe auch, dass es so eine kleine Entschädigung ist bis dahin, haut rein Leute, ciao